Moin Meisterin, hallo. Moin Meister, hi, wie geht's, wie geht's, wie geht's, äh Lars, wie bist du denn? Ich hab ein Dino genommen. Ah ja, ein Dino. Ah ja, und äh, ey, du bist ja schon am Dings, du fütterst ja schon die Haie. Hallo, ich dachte wir machen erst Intro, ich dachte wir machen lässig so mit Reden. Hallo. Oh, Lars, 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 hast du Angst oder warum machst du so schnell? Oh, Ah ja, mhm, mhm, mhm. Ah ja. Ja, 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 ja. Ui, 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 ui. Aua, ua. Was machst du? Ah, Delivery Package, ja, guck mal. Nachbar, hallo. Moin Moin. Das ist sau unfair Ich bin abgestürzt Nein Okay, warte Guck mal, warte, warte, guck mich an Moin Wie entspannt du Wie entspannt du hier so um mich rumfliegst Das ist wunderschön Oh mein Gott, wo bist du hin? Es funktioniert, ja Kann ich dich grabben? Nein, hey, hallo Hör auf Nein Au, 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 au Guck mal, wie gefällt dir das? Das gefällt mir gar nicht mal so gut Lass mich los Du hast mich einfach gegen diesen Zaun gehauen So, aber jetzt Komm ich Ja Oh Vor allem, du machst mich Ohnmächtig, gell Oh, was? Oh mein Gott, du kannst dich ja losreißen Krieg dich Oh, ja Kakao Krieg mich mal bitte zum Delivery-Stand Danke Okay Vorhin musst du ein Delivery-Package Stuhl-Gift-Shop Aber wo ist denn das? Oh, lol Wo ist das Package überhaupt? Alter Keine Ahnung, Mann Du fliegst so herum Das ist richtig Sturzflug Elektro-Tacke Das macht gar keinen Spaß Das sag ich dir jetzt schon Das macht gar keinen Spaß Ich mach jetzt erstmal hier ein paar neue Sachen Ein bisschen Bombenangriff Bombenangriff Hä, voll komisch Wo soll dieses Paket sein? Ja, du musst es ja erstmal dahin liefern Das muss ja woanders sein Bestimmt im Paketzustellungsraum Wo bist du denn hin? Ah ja, stimmt Man kennt ihn Hä? Ich hab dich aus den Augen verloren Wo bist du denn hin? Ich bin nicht mehr da Ich hab Feierabend jetzt Ah Ah Okay, jetzt machen wir eine Action-Szene Bombenangriff Bombenangriff Alter, ich kann dich gar nicht einholen Ich glaub mit dem Auto bist du sogar recht gut unterwegs Was ist das denn? Ach, das ist eine Laterne Ich muss dir ein bisschen hier die Spur abbeißen Abbeißen, gell? Hallo, fahr nicht so schnell Oh mein Gott Alter, fährst du schnell Aber Bombenangriff Oh Yo Alter Du bist ja ganz explodiert Oh mein Gott Was ist das? Ah Oh, ich bin im Dach Alter Dieses Item Kann ich da reingehen? Nee, kann ich nicht Wo bist du? Sind diese Bombenangriffen von mir eigentlich sehr interessant? Also, bemerkst du die überhaupt? Ich hab da jetzt eine Rauchgranate geworfen, damit du mich nicht mehr siehst Was bist du jetzt gerade am machen? Willst du Dings fahren? Komm Ey, warte, warte, warte Lass mich dir was Gutes tun, okay? Komm her Lass mich dir was Gutes tun Komm her, mein Kleiner Nein Hey Hallo Ich will dir doch nur was Gutes tun Hallo, du hast die Spinne schon gefunden, oder was? Ja, 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 ja Ja, ich kann Das ist das Einzige, was ich weiß Hol dich da jetzt ab, Alter Was ist das? Ah Mach dich ab, Mann Ich darf das nicht zulassen, dass du da hochkommst Oh, ja Nein Hallo Okay, pass auf Wir machen einen Deal Ich darf dich hochheben Aber dann bringe ich dich auch nach oben aufs Ferris Wheel Hä? Was hältst du davon? Wie bist du denn? Wo bist du? Hä? Du fährst da doch gar nicht drin, oder? Nein, aber ich sehe dich Wo bist du? Ich bin Ich bin nicht in die Ferris Achso, ich muss mit dem Mit dem Dings hier Monch Was steht da? Monch Monch Achso Was? Wovor hast du diese Toilette? Ah Bring mich mal nach da oben, bitte Ich bring dich aufs Ferris Wheel, bitteschön Einmal zu mitnehmen Hier, bitteschön Und Geschafft Du hast einfach nicht geschafft Nicht geschafft, aber warte mal Ich helfe dir nochmal Lalalala Lalalalalalalalala Hier, lass mich mal da ganz langsam runter Ah, oha Ja, ja Und? Fast sogar schon Aua Jawohl Ich bring dich nochmal hoch Nein Komm her, mein kleiner Hör auf Warte, was ist, wenn ich dich oben drauf lege? Nichts passiert da Nichts Ich kann mich nicht mehr bewegen Wo bist du denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen Da fährst du doch Du machst doch gerade den Erfolg Lass mich jetzt in Ruhe Ich kann auch einen Bodenangriff starten Es ist halt ultra Es ist halt einfach ultra unfair mit diesem Ding Mit dem Fliegenen? Zu fliegen ist richtig unfair Hallo Nein Ach, was? Och, Mann Alter Ich hab dich in dieses Alter, ich kann dich da einfach rausschieben, indem ich über dich gehe Okay, komm, lass dich fahren Ich bin sowas wie dein Haustier Ich bin Dr. Auge So, was ist los, Mann? Was läuft, was läuft, was läuft Lass mich in Ruhe Was läuft, was läuft Soll ich dir einen Delfin bringen? Warte, ich hol dir einen Kannst du das machen? Ich glaube schon Oder? Nee, ich glaub, es geht nicht Nee, ich glaub, diese Delfine, das sind doch Animationen Oh, endlich, Alter Weg hier, raus hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Willst du rauskommen? Kein Problem Ich bin da Boah, Junge Ich bin da, Lars So, jetzt nehmen wir dich mit Au, hey Wie kannst du denn das Oh, das wird jetzt Es wird wieder Zeit für den Bombenangriff Wo bist du? Bombenangriff Oh Lass, du lachst gar nicht mehr Was ist los? Junge, die greifen mich einfach an Wer? Die Fiescher hier Ja, du darfst halt die Dinosaurier nicht einfach so aufmucken So, ich mach mal ins Quickscope Ich geh mal so hoch ich kann Und versuch dich von ganz weit oben irgendwie zu treffen Und guck mal, ob's klappt Boah, kann ich dich von hier oben überhaupt noch sehen? Alter Ich hab Aussicht über den gesamten Park, Lars Aber ich glaub, ich kann dich nicht mehr ganz sehen Mir wird irgendwie dein Charakter Oh, ey, du fährst grad den Bus, gell? Ja, ja, ich fahr den Bus Ja, 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 doch Ich seh dich doch Okay, okay, okay Du versuchst Ablenkungsmanöver, gell? Ich bin das Ablenkungsmanöver Oh, oh, ich seh dich, okay Er ist gerade auf der A44 B90 Und fährt gerade mit 926 kmh entlang Und da werden wir ihn auch abfangen Ich fang ihn ab Ich fang ihn ab Alter! Alter! Das tötet mich! Das habe ich doch gesagt! Das greift an! Das tötet mich! Hallo! Aua! Junge! Alter! Junge! Alter! Hör mal auf! Hör mal auf! Ich glaube, du bist eh unbesiegbar! Hey, man! Hey, hör mal auf, Bruder! Hör mal auf! Hey! Wo bist du denn? Ich glaube, ich muss dich langsam mal töten! Es ist so ein schöner Tag! Ich fahre jetzt einfach mit meinem pinken Auto ein bisschen durch die Gegend, man! Du-du-du-du-du-du! Oh! Boos! Alter! Au! Alter! Ich werde immer überfahren von diesem Auto! Alter! Oh! Dein Auto! Alter! Dein Auto ist einfach ganz braun geworden, gell? Okay, warte! Reit jetzt einfach hier auf den! Dieser Dinosaurier! Der fährt so chillig in diesem Auto! Kann ich einfach so rumschubsen! Ja, ja! Die lassen sich gerne mal rumschubsen! Guck mal, der macht auch den Pobugi! Oh! Oh, ja! Hä? Ich hab dich einfach überfahren! Junge, der Typ schlägt dich die ganze Zeit! Ich bin im Wasser! Ja! Das war... sehr seltsam! Ja! Der ist sehr seltsam! Leute, falls euch die Folge gefallen hat, sagt uns das auf jeden Fall in die Kommentare! Wir sind jetzt für erstmal fertig! Wir hoffen, es hat euch gefallen! Falls ja, gebt einen Daumen nach oben! Haut rein, Leute! Und... Ciao!